ich habe manchmal echt selbst das gefühl hier fehl am platz zu sein ich wasche mir zum beispiel die hände bevor ich auf toilette gehe guten tag und herzlich willkommen bei einer neuen folge zombie tv alias bunter hund alias luciano heute geht es querbeet über ganz verschiedene themen heute wieder von diesem bauernhof wo ich euch schon vor ein paar tagen berichtet habe da ging es über das thema urlaub gegen hand oder wohnen gegen hand da habe ich zwei teile raus gehauen wird jetzt wahrscheinlich noch ein dritte und vierte teil raus kommen mit ein paar fotos und erfahrungsberichten und noch zwei drei tipps weil mir ist eingefallen ja thema kochen ganz ganz wichtig ja kommt dann aber in den nächsten teilen dann noch lustige oder ja wie man sehen will also jeder hat ja eine andere betrachtungsweise und sichtweise nur ich finde auch das thema wichtig alleinerziehende mütter und schrägstrich gehört jetzt nicht dazu aber feministen und ja gut genderwahn lassen wir mal weg aber egal wird spannend die nächsten teile schaut mal rein wenn ihr explizit nur euch das interessiert thema urlaub gegen hand oder wohnen gegen hand dann ja recherchiert danach ihr werdet es auf meinem kanal finden aber jetzt geht es erst mal allgemein weiter thema zombies gesellschaft system ja was mir so passiert und wieso ich euch davon abrate in den widerstand zu gehen revolution zu machen manche mögen mich jetzt vielleicht als außerirdischen halten 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 aber es ist schlimmer oder heftiger extremer ich bin einfach nur im part so und das reicht schon damit man vergrault verbrannt gehängt und vieles mehr wird verhaftet in die klapse gesteckt und oder neid eifersucht als empath ist es echt eine herausforderung hier auf der erde muss ich sagen und ich habe echt so ein glück dass ich eine gute erziehung genießen durfte ja und das kommt allen zugute das kommt wirklich allen zugute ja es hat ja auch einen grund wieso mich die leute gerne in ihrer nähe haben ja deswegen dankeschön hier an der stelle an papa an mama an meine großeltern ja und auch an mein umfeld ja weil wie ich schon mal erwähnt habe ich bin das das ergebnis aus allen mein erfahrung all meinen begegnungen ja und geprägt aber hauptsächlich in der kindheit ja und das werde ich auch irgendwann mal im detail alles erklären ja wie was abgelaufen ist ja wieso ich den jesus weg gewählt habe beziehungsweise die lehre jesu gelehrt bekommen habe ja nahe gebracht bekommen habe und wieso ich gute vorbilder hatte ja das kommt alles noch in den nächsten videos aber zurück zum thema außerirdisch hast du nicht wundern ein oder andere mal wird ein auto vorbeifahren wie jetzt gerade mache ich eine kurze pause ich kann es aber auch rausschneiden schauen wir mal also wenn ein schnitt passiert ja dann ist es weil irgendwie ein geräusch jetzt im hintergrund ist oder ein Hahn kräht oder was weiß ich was hier passieren kann noch apropos poppen bei euch die katzen auch so wild also hier poppen die ohne ende hier bei mir im umfeld sind so acht bis zehn katzen und die geben sie es gerade richtig na wie ist es bei euch so ja wetter ist auch so lala wie überall gerade und naja gut aber es gibt so viele zitate auch ja wie zum beispiel wer sonne im herzen trägt ja ist es gibt noch ein schön zitat von rum ich werde es vielleicht gleich mal einblenden weil sonne im herzen trägt wird den weg nach hause immer finden irgendwie sowas und ja es gibt so schöne zitate und lehrer mentoren da draußen ja die wir müssen wie schon mal erwähnt habt das rad nicht neue finden ja es gibt schon alles gut jetzt haben wir 3d drucker und so die ersten brücken und häuser werden schon aus dem 3d drucker hergestellt ja bald gibt es roboter also gibt es ja schon schaut euch mal die videos von boston dynamics an also crazy was die da machen in kombination mit der ki und oder artificial intelligence naja ok wie ihr seht springen 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 ja das wird in meinen videos immer jetzt so passieren immer 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 wer es nicht abhaben kann wie gesagt schließt das fenster sucht euch jemand anderes aber wer das abhaben kann bleibt gerne dabei zurückzukommen zum außerirdischen ja empathisch sein ich habe manchmal echt selbst das gefühl hier fehl am platz zu sein ich wasche mir zum beispiel die hände bevor ich auf toilette gehe jetzt hat mir mal irgendeiner gesagt das würden die juden auch so machen fand ich krass das war nämlich vor ein paar jahren war es nämlich so dass ich natürlich auch das ist ja ein prozess ja den wir gehen ein weg ja und ich hatte mal eine zeit lang ein prass auf juden ja oder eine prass auf bänke und noch viele viele andere ja die da so mitspielen ja in diesem system ja politiker und ach ihr kennt sie selbst alle nur konnte ich das heilen in mir was dann auch nach außen getreten ist ja das ist ganz wichtig ich glaube es ist auch wichtig diesen prozess zu gehen aber es hat was mit energien zu tun mit bewusstsein das wird dann irgendwann mal in den nächsten videos nochmal kommen wieder ein auto aber ich hoffe ihr hört auch die vöglein ist nämlich das schönere konzert definitiv ja thema händewaschen form auf toilette gehen irgend also habe ich nicht aus dem kinder garten ja das haben ja auch meine eltern nicht beigebracht oder sonst wer sondern da kam ich irgendwann selbst drauf weil ich mir gedacht habe ich hampel den ganzen tag hier draußen rum ja fast alles mögliche an und dann wenn ich auf toilette gehe fasse ich ja mich selbst an ja und ich möchte ja sauber sein also bin ich ja so und dann bin ich auf die idee gekommen noch ein auto anscheinend bin ich auf die idee eines weiteren autos gekommen ja auf die idee gekommen mich einfach zu waschen beziehungs die hände zu waschen bevor ich mich selbst anfasse so und schon bin ich hier auf dieser erde irgendwie außerirdisch ja weil guck dir mal die ganzen leute an egal ob männlein oder weiblein ja die gehen in die toilette ohne sich die hände zu waschen gehen raus ohne sich die hände zu waschen ja egal ob jetzt diskothek in der bar im restaurant im café das ist wirklich crazy shit ja und dann wundern sich die leute dass ich keinen bock habe denen die hand zu geben zum teil ja ich war jetzt froh dass als corona jetzt war die leute sich die faust gegeben haben ja also wer weiß hier aus dem basketball ghetto da sein von mir mag ich ja sowieso gerne die faust geben das habe ich vorher schon gemacht bevor diese wahnsinn und diese pandemie überhaupt stattgefunden hat jetzt kommen die leute die jetzt so ein bisschen durchblick haben auch zu geil ja es gibt impffreie menschen oder ungeimpfte die denken jetzt weil sie jetzt sich haben nicht impfen lassen sind sie die meister hier überhaupt deswegen die matrix ist so genial ich schwörs euch das ist so krass leute die immer denken sie seien immer etwas besser oder höher gestellt als andere ja das ist da kommt mir gerade dieser film der grüne planet also wenn ihr den noch nicht kennt zieht ihn euch mal rein halt ja also da geht es über die menschen über die degenerierten und ey so geht es mir gerade echt genauso ja ich brauche nur durch die straßen laufen und ich sehe schon anhand eure körperhaltung anstatt an eurer mimik körpersprache ihr braucht nichts sagen und ihr seid wie ein offenes buch das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel für die zombies da draußen ja weil es ist ja scheiße der kann in unsere köpfe gucken und so das ist auch der grund wieso ihr wahrscheinlich so viele hexen verbrannt habt oder anders denkende ja gerade aus der region wo ich komme war eine hexenverbrennungs hochburg ja das sollte auch mal den ein oder anderen zu denken geben ja anscheinend ist da sehr viel angst sehr viel trauma vorhanden was man heilen kann wie ihr schon wieder seht springe ich ja das ist unvermeidbar alles ist miteinander verbunden verwoben und verknüpft selbst die scheiße die ich euch die nächsten tage wochen halt und monate noch weiter erklären werde und erzählen werde ja weil das was hier abgeht ist unbegreiflich unglaublich unfassbar fassbar ja manches sogar fassbar also die die also also die dummheit mancher leute ist echt fassbar und ich möchte nicht von oben herab immer klingen auto nummer drei oder vier ich möchte keineswegs von oben herab leute als dumm darstellen ja weil ich weiß sie sind auf ihrem level auf ihrem stand aber jetzt kommt es aber ihr habt alle so ein scheiß smartphone in der tasche und ihr bildet euch nicht weiter das ist grob fahrlässig das ist echt heftig ja ich bin bei einem fast rausgeflogen bei einem lehrer in berlin der ja fast rausgeflogen ist jetzt übertrieben aber seine reaktion war ziemlich heftig ja als ich als wir mal das thema internet hatten ja weil ich irgendwann mal das ist schon jahre her zehn oder zwölf jahre her bei dem war ich mal couchsurfing gemacht auch eine geile story muss ich euch mal erzählen ja da hatten wir das thema internet und da meinte ich ja wir müssen die scheiße irgendwann mal abstellen sei es nur für ein paar tage oder wochen vielleicht auch monate ja damit die menschen mal wieder klarkommen boah also er ist nicht ganz ausgerastet aber er ist schon an die decke gegangen und meinte quatsch internet kann man uns nicht nehmen das ist die geilste und beste erfindung ever ich könnte ohne internet nicht leben bla 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 solche texte kamen da also ich hatte ihn richtig getriggert anscheinend an dem abend aber gut ich meine er hat natürlich recht ja internet ist schon eine geile sache ja aber dann muss man sie auch nutzen so und deswegen tituliere ich manche als zombies oder dumme oder verblödet ja damit es nicht ganz so schlimm sich anhört und zum glück wurde das wort spatzenhirn und esel nicht als schimpfwort tituliert deswegen wechsle ich jetzt in den nächsten videos auf spatzenhirn und esel ja dabei sind es extrem intelligente wesen und tiere in der hoffnung dass das auch so erkannt wird also ich meine es natürlich beleidigend haha aber allein damit es im feld schön schwingt ja tun wir es einfach mal ja als intelligente wesen beibehalten so und wenn ihr dieses oberteil hier seht ja ich mach mal hier eine kurze cut dann wird es ein bisschen gröber heute die folge ist ist noch pille palle aber dieses oberteil hier hat mehr erlebt und mehr durchgemacht als sämtliche leute da draußen ich habe auch eine jogginghose und mit dem loch viele kennen sie ja hat nämlich ein brandfleck bekommen von einer motorradaktion ist am auspuff geschmolzen ja ist eine meiner lieblings jogginghosen ja auch die hose hat so viel mitgemacht und durchgemacht die ist jetzt locker warte mal 2008 ja so 15 jahre alt aber die hose die ist legendär ja wie gesagt die hat schon mehr mitgemacht als ihr wahrscheinlich ja und wie gesagt in dieses oberteil er hat schon mehr verhaftungen oder haftversuche überstanden als sonst was ja meine freundin wollte es damals hier als 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 andenken nur ja ich wollte es selbst behalten alleine ich behalte es selbst als andenken behalten ja und deswegen also tut euch orientieren wenn ihr dieses oberteil seht dann wird es nämlich ein bisschen gröber dann werde ich nämlich auch ein bisschen über dieses system berichten und wann ich wo versucht wurde in die tonne zu hauen oder wann was passiert ist wann welcher haftversuch passiert ist weil die matrix ist echt ein krasses konstrukt ja also ich möchte euch hier an der stelle keine angst machen aber ich rate euch davon ab sämtliche tests zu machen denn ich habe sowohl die zombies als auch die eliten unterschätzt ja ich habe mich damals vor jahren schon gefragt wieso der mr bean so einen krass komischen film gedreht hat also nicht er gedreht aber wo er mit gespielt hat ja dieses red race dann gibt es noch ein paar andere filme wo das so zeigen ja und aber das das tut ungefähr im kleinen zeigen wie es im großen abgespielt wird und ich habe mich in dieses testfeld gewagt und glaubt mir wenn ihr nicht stark genug seid ich habe zum glück bewiesen dass es bin aber da spielen noch so viele andere faktoren eine rolle jeden verfickten tag wird man getestet ja und dieses pyramidale system dieses schubladensystem wie es in indien ist oder egal wo auf der welt ist in deutschland genauso und ihr könnt euch nicht vorstellen wie korrupt deutschland ist generell europa ich habe letztens bei einem waffenhändler in der lobby gestanden und vorne in seinem hof alles voller rumänischen autos sorry voll ukrainische autos die geben sich die hand die lachen trinken besaufen sich also am bundestag wurde oder reichstag wurde die ukraine flagge gehisst und alter schwede wann wurden wir denn übernommen kann mir das mal einer sagen aber zurück zum thema hier oberteil und matrix und was alles so passiert ist ihr müsst euch vorstellen dieses pyramidale ja also jetzt keine angst vor diesem zeichen nur weil ich jetzt in die kamera zeig ja das ist eine erklärung und zwar da ist da sind mehrere pyramiden innerhalb der pyramiden ja ich würde euch jetzt am liebsten aufzeichnen oder an der tafel zeigen ja ihr könnt euch das so fraktal vorstellen aber mit einem ende ja fraktale sind ja so dass es ja unendlich in sich also muster die in ein muster und noch ein muster und immer weiter und immer weiter ihr kennt das mal ja wenn ihr es nicht kennt dann sehr interessant schaut euch mal auf youtube guckt euch mal so ein video an sehr vieles ist fraktal ja unsere natur zeigt das auch und da sind wir auch schon bei anderen themen dann ja wie zum beispiel die goldene zahl oder vieh wie sie genannt wird die fibonacci spirale und vieles mehr aber auch darauf werde ich in den nächsten videos eingehen aber jetzt nochmal zu dieser pyramidalen form und zwar müsst ihr euch vorstellen diese ganzen pyramiden die große pyramide ist noch eine drin und noch eine drin und noch eine drin ja bis hin zu unseren gemeinden ja diese ganz kleinen pisse die man tagtäglich sieht von bürgermeister bis hin zu aufsichtsräten und firmenchefs und die gehören auch einer kleinen pyramide an ja ist ja klar ich meine guckt euch das doch mal an jede firma hat ein organigramm ja ein chef eine sekretärin die mitarbeiter bis hin zu it vielleicht auch hausmeister putzfrau und so weiter so also überall sind diese strukturen sind das ist ja vollkommen in ordnung und normal nur die denken alle die sind ja die 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 stehen überein so dieses ich bin besser so und auf das will ich hinaus so ganz viele 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 pyramiden in der großen pyramide ganz ganz viele so jeder denkt er werde chef hier und das sieht man ja da draußen auf der gasse jeder kauft sich dicke autos gut jetzt grad ein bisschen weniger halt ja die leute haben anscheinend begriffen dass man die autos nicht fressen kann ja aber jetzt haben sie sich pools in den garten gezimmert ja zur plantämie zeit auch geil also zu diesen pyramiden werde ich nochmal exakt der nummer eingehen ja vielleicht hat mich der ein oder andere jetzt nicht ganz so gut begriffen ich werde es versuchen auch nochmal aufzuzeichnen es ist krass ja wenn ihr euch auf den weg gemacht habt weil ich bin ja jetzt seit 10 jahren dabei ja und ich sag jedem meine meinung da zitiere ich jetzt einfach mal einstein mir ist nämlich scheißegal welche position du hast wer du bist ja ich rede mit allen gleich und das ist auch dieses was die leute an mir mögen gerade heraus direkt ja natürlich überlege ich auch mal bevor ich etwas sage jetzt mittlerweile äh vorher bevor ich etwas sage und früher war das auch mal anders da habe ich es einfach ungefiltert raus gelassen hat auch viele verletzt diesmal achte ich schon darauf dass meine worte gewählt sind und und dieses system das ist zum einen also ich ziehe den hut vor den creatern also vor den erschaffen ja ihr werdet auch noch merken oder sehen dann in zukunft ich werde mich bei vielen entschuldigen ja weil ich sehe mittlerweile ein dass alles was gerade ist seine daseinsberechtigung hat wenn die politiker scheiße sind dann spiegelt es die gesellschaft wieder tut mir leid jetzt an der stelle man kriegt nämlich das was man verdient und ihr seht ja gerade selbst was ein rotz die da von sich geben was ein affentheater so und deswegen werde ich mich in zukunft bei den ganzen politikern bei den bänken äh bei den äh was weiß ich ja ganzen glaubensrichtungen ja entschuldigen weil ihr habt alle eure daseinsberechtigung ihr holt jedem da ab wo er sich gerade befindet ja jeder hat ein anderes level an bewusstsein aber ich habe für mich beschlossen dass ich meine kinder definitiv mit keine zombies in die schule schick aber ich habe für mich beschlossen ja weil wenn ihr das so möchtet dass ihr eure kinder auf so eine total verblödete äh äh schule mit beziehungsweise nicht die schule ist verblödet sondern der lehrplan auf eine schule schickt mit einem verblödeten lehrplan ja das akzeptiere ich nicht ja also mein weg wird ein anderer sein und ja ich mache jetzt an der stelle mal einen cut weil ich habe jetzt schon wieder lang genug geredet wie gesagt ich äh als außerirdischer hat man es echt nicht so leicht hier jetzt kommt noch ein auto also in den nächsten videos werde ich auch nochmal auf dieses system eingehen ich werde nochmal detailliert erklären vor was ich warne ja weil es geht nämlich ins ja ähm in verschiedene dimensionen ja wir sind ja multidimensionale wesen so um uns herum spielt sich auch so viel ab ja ohne jetzt die leute hier abschrecken zu wollen ja weil das ist ein heftiges thema so und du wirst getestet jede fucking minute es passieren wunderschöne dinge aber manchmal auch wirst du in die tiefe gezogen und dann wird geschaut bist du der nächste bist du die nächste aufgabe gewachsen und ja bin gespannt was ihr sagen werdet was ich noch sagen werde weil das ist ja hier alles random ich schaue hier einfach raus ohne jetzt notiz Entschuldigung Entschuldigung Apropos ich habe gerade ein paar Erdbeeren gegessen gibt es bei euch auch gerade Erdbeeren ganz frisch so wohl erzogen werde ich wie gesagt in den nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte so Auto Nummer 8 oder 7 danke für eure Aufmerksamkeit und bis die Tage Ciao Also fürs sind ihr